Wir haben Bildkameras aufgehangen und als wir die Fotos überprüft hatten, hatten wir eines Abends schockierenderweise gesehen, dass wir Besuch hatten. Wir haben die Teiche etwas abgesenkt und konnten dann genau festlegen, wie viel Kilo Fisch diese zwei in der Nacht innerhalb von zwei Stunden eigentlich abgefischt haben müssen. Uns ist angezeigt worden der Verlust von etwa 400 Kilogramm Fisch mit einem Gegenwert von 5000 Euro. Üblicherweise ist es so, dass wahrscheinlich die Grundstücke vorher ausgespäht werden. Ja, haben jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre darauf hingearbeitet. Insofern ist das schon sehr, sehr traurig und auch sehr frustrierend, wenn es einem kaputt gemacht wird. Das war gut. 0,850. Und mit dem Schitz. 1 Strecke 1.2 3.5 1.3 1.2 1.2 1.2 Und bitte nochmal ein bisschen weiter machen. Und weiter gehen, bitte. Ja, wir haben Bildkameras aufgehangen und als wir die Fotos überprüft hatten, hatten wir eines Abends schockierenderweise gesehen, dass wir Besuch hatten. Und Besuch, zwar von zwei Männern in Warthosen, die mit Tüten bepackt oder auch Säcken bepackt über unser Grundstück gelaufen sein müssen. Und als wir dann nachgeschaut haben und gesehen haben, dass uns massiv Fische geklaut worden sind, war das schon sehr schockierend. Also wir haben die Teiche etwas abgesenkt und konnten dann genau festlegen, wie viel Kilo Fisch oder wie viel Stückzahl Fisch diese zwei in der Nacht innerhalb von zwei Stunden eigentlich abgefischt haben müssen. Und zwar sind insgesamt ca. 400 Kilo Fisch geklaut worden, unter anderem Forellen und auch Karpfen. Also die Fischsorten, die geklaut worden sind, sind zum einen Forellen und zum anderen Karpfen. Insgesamt bewegt sich der Schaden ungefähr auf 5000 Euro. Was umso bitterer ist, ist, dass wir gerade erst angefangen haben. Wir haben anderthalb Jahre hier wirklich jedes Wochenende, die ganze Woche über gearbeitet, haben die Fische eingesetzt. Und jetzt sind sie gerade fertig, auch für Dezember, für Weihnachten. Und jetzt stehen wir im Grunde genommen da und haben keinen Fisch, den wir verkaufen können. Unabhängig davon ist es natürlich auch noch so, dass der Fisch so aus den Teichen abgefischt worden sein muss. Und auch in der Menge, in der Kürze der Zeit, dass im Grunde genommen die Tiere eigentlich elendig verreckt sind, sage ich immer leider Gottes, weil sie in so kurzer Zeit auch nicht fachgerecht versorgt werden können. Ich bin selbst ja auch Tierärztin, was mich umso wütender macht und auch irgendwie frustriert und traurig, weil einfach ich so ein Elend nicht mit angucken kann. Wir wollen hier eine ökologische Zucht aufbauen und das alles in dem Sinne gut gestalten und dann wird alles kaputt gemacht eigentlich über den Zeitraum. Also es ist so, dass keine Versicherung uns den Schaden ersetzen wird. Sie können sowas nicht versichern. Fische im Teich wird nicht versichert, sodass wir nicht wegen der ganzen anderen Ausgaben, Anschaffung, Futterkosten eigentlich den kompletten Schaden selbst tragen müssen. Und ich in dem Sinne, wenn das jetzt noch öfter passiert, eigentlich vorm Nix stehe, bevor ich überhaupt angefangen habe. Und das ist sehr, sehr traurig und auch mega frustrierend. Was machen Sie? Von der Sache her ist es so, was die Leute mit diesen Fisch machen, kann ich mir im Prinzip auch nicht vorstellen. Also es muss schon so sein, weil die Fische ja nicht lebendig irgendwo umgesetzt werden, sondern einfach abgefischt werden und im Netz irgendwo ins Auto verfrachtet werden. Wer die weiter versorgt, das ist eben die große Frage, weil 400 Kilo Fisch ebenso versorgen geht ja auch nicht. Da ist die große Frage, wo ist der Absatzmarkt für diesen Fisch in diesem Moment? Das wissen wir nicht. Sie können hier in diesem riesen Bereich kein Fort Knox aufbauen, das geht nicht. Also sie können hier keine riesen Zäune ziehen oder irgendwelchen Strom legen. Das wird nicht funktionieren, weil die Diebe kommen rein über diese Fläche. Aber es gibt schon Mittel und Wege, dass man denen das Leben schwer macht. Und die werden wir auch ergreifen, ja. Ja, also von der Sache her ist es so, dass ich immer Aquarien hatte und immer gerne das Lebensmittelfisch sehr wertgeschätzt habe. Und auch den Fisch an sich. Es ist einfach eine tolle Tierart, sehr vielfältig. Und insofern habe ich hier eigentlich das gefunden, was ich immer machen wollte. Und ja, haben jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre darauf hingearbeitet. Insofern ist das schon sehr, sehr traurig auf der einen Seite und auch sehr frustrierend, wenn es einem kaputt gemacht wird von zwei Kindern in Fachatose, die einfach meinen, sie könnten hier hinkommen und abfischen. Also das geht eigentlich gar nicht. Unverständlich. Und bitte. Und bitte. Wir haben hier Bildkameras aufgehangen, um überhaupt mal Bewegung zu sehen, Waschbären oder Füchse oder Katzen oder ähnliches. Und somit war es sehr verwunderlich, als wir dann feststellen mussten, dass mit dieser Kamera hier zwei Personen aufgenommen wurden, Zwei Männer in Warthosen, die mit Säcken bepackt hier den Damm entlang gelaufen sind. Und der Zeitraum, über den sich das zugetragen haben muss, sind circa zwei Stunden. Sie sind halt mehrfach von der Kamera hier aufgenommen worden in der Zeit. So wie wir das rekapituliert haben, ist es so, dass die Diebe über diesen Damm gekommen sein müssen. Sie sind hier entlang gelaufen, sind dann von der Kamera aufgenommen worden und sind dann weiter über diese, naja, Zeugrücke, über die Lauter drüber gegangen, über den Fluss und sind dann von hier aus an die Teiche rangegangen. Und los bitte. Kann ich ihn rein? Ja. 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 Ja.